Biss will uns anrufen, wenn sie in Denver landet. Hey! Hey, ist das für mich? Weiß ich noch nicht. Martin, das hier ist alles für mich. Wisst ihr was? John Nader. Das ist ein Professor am MIT. Er hat auf Grundlage seiner Algorithmen ein paar Fondschuhe entwickelt. Da hab ich mir gedacht, ich mach das auch. Seht mal, wie findet ihr die? Das hier ein Markov-Modell auf der Spitze, ein paar hermetische Render-Matrizen auf der Zunge und soziale Netzwerkanalyse rundum. Klugscheißer-Edition. Okay, das Essen ist fast fertig. Heute Abend gibt's was besonders Leckeres. Gulasch. Wunderisch für Reste aus dem Kühlschrank. Was ist los, Pops? Hattest du einen schlechten Tag im Labor? Ja, reißt ruhig eure Witze über mich. Ja, lacht nur weiter. Ich werd wohl mein Testament wenden. Seht mal, wen ich auf dem Piki hier getroffen hab. Oh. Was ist los? Müsstest du nicht im Flugzeug sitzen? Da war ich schon. Dann hab ich meine Stiefel angesehen. Ich, ja. Ich trag die Dinger mittlerweile seit sieben Jahren. Ich hab sie völlig runtergelatscht. Die Absätze sind schon erneuert. Der Reißverschluss auch. Aber ich würd sie nie weggeben. Wenn ich mich also noch nicht mal von einem paar Stiefel trennen kann. Wieso sollte ich denn eine so tolle Truppe wie euch verlassen? Mein super Job biegt ein super Leben nicht auf. Ihr seid meine Familie. Gut gebrüht. Moment mal. Du hast uns grad mit dem paar alter Stiefel verglichen? Ja, richtig. Woher willst du wissen, ob wir dich wiederhaben wollen? Pass mal auf, hinter Platz. Ich hab ein paar alte Stiefel. Essen wir sein Kursch. Ich ändere nur kurz mein Testament. Ich bin nur kurz mein Testament. Ich bin nur kurz mein Testament.